Hier denn doch? Oh, ich sitze ein bisschen tief im Bild. Oh, cool. Mach ich nicht hinsetzen. So, Face, sitzt du richtig? Ja, ich sitze richtig auch. Oh, wir rippen die Bot-Lehnen. Kein Ranked, ne? Ist man mal normal. Und heute zu Besuch ist der Haas-Oschi. Ja, moin. Da ist er. An der Kröte. Achso, ich sollte euch auch mal... Ja, du kannst helfen, wenn du willst. Nein, ich mach dir eben erst mal. Juhu. Äh, safe, ne? Nicht so viel fressen, bitte. Das ist, äh... Oh, ich muss erst mal mit siebes Damage klarkommen. Ich spiel sie das erste Mal jetzt seit... Der Skin ist mehr... Keine Ahnung. Ja, das ist der Bumerang. War ein digital Collectors... Ja. Ja, so hat Darius. Ja, das geht schnell. Können wir mal machen, wenn er eine Langeweile hat. Ja, gut, ne? Zuck. So, Darius hat TP raus. Ah, nice, 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 nice. Ich glaube, du solltest unbedingt auf, äh... Wie heißt die Seite? Manamune? Nee. Äh, Essenzräuber. Genau. Den würde ich, glaube ich, unbedingt bauen als erstes. Ich teste einfach mal was. Das ist normal. Und ganz ehrlich... Ist mir egal. Hast du ein Stack? Sieh schon. So, Bulle, komm raus hier. Oh, le Coo. Möö. Witz. Thunderlord. Das nennt man Fairtrade. Thunderlord. Der macht aber auch echt gar nichts. Er hat ja noch nicht mal den Willen, auch nur in der Autothek zu setzen. Was ist denn da los? Was ist das denn hier? Er hat Angst. Aber, hallo, Alistair brauchen wir doch echt keine Angst. Da kann man auch immer mal ein bisschen bumsen. Ja, er ist ein ganz cooler, aber wahrscheinlich im richtigen Moment kommt er dann auch raus. Wahrscheinlich macht er jetzt Flash, Q und kickt mich im Turm. Ja, ja. Das wäre geil. Das ist, finde ich, eine schöne Kommode. Die liebe ich ja mit den Bullen. Die ist so nice. Huch. Na, weg. Alter, das ist eine Laning Phase. Die ist so... langweilig. Oh, Top End. Na toll. Ich muss mal schreiben, Stop Feed. Ja. Fick, ich bin zu eh. Alle children farmt gut, oder? Jo. Ja, ja, ist gut, Ali. Ist gut, ist gut. Ja, der Darius ist auch gut. Die Darius ist auch gut. Das ist auch gut. Ja, der Darius ist auch gut, oder? Das ist auch gut. Das ist auch gut. Ich würde gerne auf meinen Flash verzichten. Nur ich habe meinen Flash raus, aber das ist nicht schlimm. Dafür hat man ihn ja, ne? Ja. So, dann gehen wir mal borden. Wenn er nicht nur da ist. Na, Draven, auf was spekulierst du hier? Ich weiß das doch, du kleiner Dreck. Das ist aber kein Wort da drüben, ne? Ah, ich stöhne auf jeden Mist. Ich weiß nicht, ob du das auch hörst, aber... Ne, ich habe dir den Zahn von den Stöhnen weitergestellt. Ah, warum? Nein. Kann mein Q... Warte mal, fängt... Die nächste Eintreff der gegendische Fähigkeit. Ja, toll. Ist dein Q eine Fähigkeit in dem Sinne, dass das auch das Schild aktiviert? Frage, nächste Frage. Nein. Ja, Draven, push ruhig durch. Ich freeze hier ganz soft. Kannst du nicht machen. Ich freeze soft. Mach erstmal ein Q rein. Ganz entspannt. Ich meine, der farmt auch. Der hat bestimmt ein bisschen mehr als ich. 49 hat der. Ich habe hier 30. Jo, kein Wunder. Gut, wenn man den Gank weggerechnet. Das holen wir gleich wieder raus. Na ja. Und das ist das Dumme ist. Der Raven wurde genau einmal nur vor mir gepickt. Der denkt, ich mache heute hier, wa? Amos, kannst du kommen? Alles cool, nee, noch nicht, noch nicht. Wir haben noch, erst wenn wir einmal weg sind, Items. Du bist gerade gestorben. Woran? Woran ist er gestorben? An einem Stein. Alles klar. Das ist das Niveau hier unten, das ist, äh... Es ist normal, ne? Es ist normal. Teilweise ist es fragwürdig. Deswegen teste ich ja auch Sivir mehr oder weniger. Da mein Raven ist ja vergeben. Deswegen teste ich mal einen anderen ADC. Der hat mich zwar auch irgendwie grottig anweilen. Ja, der ist drin, da runter. Beweg dich Richtung Botland. Oh, Faze, ne? Ich lache gerade über meine eigene Dummheit. Solang das ist, alles gut. Gut, nicht nur du lachst über deine eigene Dummheit. Ja, schön. Auch wir lachen über deine Dummheit. Nein. Noch nicht. Ja, dann lach sie mal. Beim zweiten Mal erst. Ja, stimmt. Einmal darf passieren. Ich hab ja auch Sivir. Ich hab ja auch neuen Champion. Ich kenn mich auch nicht so aus mit dem hier. Das ist okay. Deswegen, Draven soll er im Farm vorne sein. Im Late. Ist der eh besser als ich. Mach doch mal den Q hier. Mach doch mal testen. Ich möchte das mal testen, Mann. Ich hab halt kein Mann noch nichts. Also, wir könnten eh nie... Nee, wir können jetzt nicht falten. Nee. Wir können jetzt nicht falten. Ah, da ist drunter mehr unterwegs. Alter, lass das lassen wir, lass das lassen wir. Ich hab genug Gold erstmal Items. Moment, du uns nur ab dem drunter mehr hast. Mal bleib' gelassen. Das ist schon eine Sache hier. So, welches Item holen ich mir denn? In Essenz, Räuber ist das erst. Da hab ich auch ein Wort da gelassen. Nee, hast du nicht. Wie geil. Danke. Was? Der hat uns ein Wort da gelassen. Cool. Wie kann man das Thema jetzt auch mal gut machen, ey? Krass. Ja. In der Fisk gegen... Ich muss mal stuprieren das hier. Kann das Team vielleicht mal aufhören, jetzt hier so zu sterben oder? Oder schon 0-3. Kann man mal machen. Wenn man jetzt mal die zwei Minuten abzieht, die das Game am Anfang quasi noch braucht, bevor es losgeht, ist das schon eine gute Leistung, ne? Eine gute Leistung. Ja, ich musste auch langsam mal mit dem Farmen ein wenig aufholen, weil Draven farmt mir davon. Jo. Aber er hat noch nicht gekauft, das heißt, wir müssen eigentlich jetzt rein, ne? Theoretisch stimmt, wir hatten Vorteile, ja. Oh Gott. Nicht getroffen. Ich bin dann auf den Bullen. Ey, der Bulle ist doch... Oh Gott. Oh lol. Oh Gott. Du läufst da genau in die richtige Richtung. Ah! Das hatte keinen Sinn, das war ein N-Gage. Nächstes Mal bitte warten, bis ich auch Ja sage, weil ich hab... Ich bin Sylvie, ich hab nix. Ich hab nichts außer mein Auto-Hit. Das ist das Summe. Und der Bulle war Solo und ich wollte erst mal sein Ulti rauslocken. Und dann... Und erst wenn er nämlich sein Ulti raus hat, dann hätten wir... Oh, die sind zu viert da unten, kannst du klicken. Ach, zu viert? Ja, das Match kannst du sowieso schon einpacken, wenn Fist jetzt den nächsten Kling kriegt. Ja, alles klar. 3-0, der wird definitiv dann... Ne, aber definitiv nicht einfach rein. Das war... Ich wollte nämlich erst den Ulti von Ali rauslocken. Ich wollte erst an Ali rauslocken, aber ich hab ja nix ready, außer meinen scheiß Q. Das kann für mich ein bisschen überraschen, dass du dich mit Ali da rumstreitest. Deswegen, ich wollte sein Ulti rauslocken. Hat Ali kein Ulti mehr? Wagt er sich nicht noch irgendwie zu diven, irgendwie was? Und dann hätten wir Draven in Ruhe wegnehmen können, weil er nicht mehr reinkommen wollen würde. Er hat nichts mehr. Er hat einfach nichts. Er hat kein Leben. Er weiß, dass er sofort down ist. Und deswegen wollte ich erst mal ihn beiseite. Und dann in Ruhe Fokus auf Draven. Nächst mal. Wobei, die Runde kannst du eh schon knicken. Wenn Fist da schon in der Mitte abgeht, der muss nachher einmal auf Yasuo... Ja, warte mal so ab, vielleicht meine Gegnerfehler, ey. Ja, auf dem Niveau kann das passieren. Näh, kann sie knicken. Der Bulle wird tanken, Darius wird tanken. Draven rotzt rauf, Fist rotzt rauf. Siehst du hier den Damage? Ich kann nix machen. Kann sie knicken. Ich brauch da gar nicht... Gucken. Oh nein! Boah, nee! Das war bitter, ey. Wenn ich den getroffen hätte, wäre das so safe als tot gewesen. Und am Tower gesandt. Aber die Ulti... Hat keinen Sinn, hat keinen Sinn, hat keinen Sinn. Meine Ulti ist ja auch raus. Ich will den Draven halten, Alter. Der ist out of mana. Das ist es. Ich habe... Dadurch, dass ich keine Champs habe, ich hätte vielleicht noch Corki nehmen sollen tatsächlich hier. Aber es hat keinen Sinn mit CV. Ich habe nur diesen scheiß Cue. Draven kann laufen, mich kicken, kann alles. Und seine Axt ist ja... Ja, die Runde sortieren wir mal in die dunkle Schublade ein. Hey, der macht aber mittlerweile ein Damage, ey. Jo, Fizz 5-0. Ich meine es auf einem gewissen Punkt. Wir sind jetzt einmal verreckt. Na, das ist ja... Ja, komm, es ist ein Game, das packst du in eine Tüte. Keiner hat wirklich den Champ, den er haben wollte am liebsten. Und selbst wenn wir es hätten, ich glaube nicht, dass Fizz... Der Twindar hat 3-0, Fizz 5-0. Da ist die Botley mit 1-0 ja nur harmlos. Jo, jo. Oh, egal. Jetzt spielen wir das Spiel einfach vom Pfann hier weiter. Bis zur 20. Ja, das hat keinen Sinn. Also, Sievee gegen Draven... Nicht in der Kombo. Sobald ich irgendwas machen wollen würde, kickt mich ja der Bulle wieder. Das ist einfach... Two kills. So. Ich kann mal gucken, ob ich in der Mitte helfen kann. Oh, nice. Das war easy ausge... Vorsicht, Trindamir ist auch da. Alice, der kommt hoch. Also, 3... Guck, ah, die kommt über die Mitte. Yasuo rippt. Ganz knapp. Ich habe nichts gesagt, Rambo, oder? Alles klar. Sein Q fängt durch mein Schild nicht abgefangen. Alter, krieg dich ein. Ich bin gleich wieder da. Ja, ja. Fuck, idiot, kill yourself. Alter, was haben wir denn hier schon wieder für einen Typen? Report. Weil er 1,5 steht. Und? Mich nervt die Lane hier auch gegen Draven, weil ich... ...Champ habe, der dagegen useless ist. Auf erster Sicht. Noch auf zweiter. So, Trindamir auch da. Ich geh weg. Scheiß doch, lass er pushen. Schau, ist doch der Hund drauf. Ja, lass ich schauen lieber. Ja, nicht alleine. Ja, alleine sowieso nicht. Da bist du instant weg. Er hat jetzt gerade mal einen Kill. Hat zwar gut Farben, aber... Nicht gegen Draven, Arli. Das hat keinen Sinn, dass du hier so kommst. Aber... Ja, gut. Face, wo bist du? Ich bin eigentlich auch bald gerade. Hey, können wir vergessen. Sag ich ja. Nö, alles gut. Ich sag ja, in der Kombo, das geht nicht. Der Arli kickt dich weg, hielt sie ihn weg. Whatever. Ja, mein Gott. Ist jetzt? Oh, so eine Runde sind der mich. Da würde ich noch ein bisschen sagen, komm, beenden. Weil, realistisch, hat keinen Sinn. Einfach weitergehen, aber... So, zum Drake brauche ich auch nicht gehen. Trindamir ist innerhalb von einer Sekunde drüben. In der Sekunde, wo er mich slowt, ist natürlich auch der Rest der Bande da. Namens Arli. So, nicht Yasuo hat fünf Filmen, er kackt trotzdem gegen Darius. Wow. Wann, sie kriegen wir hier? Nee, nee, nee. Nee, das hat keinen Sinn. Twindamir müsste wahrscheinlich auch irgendwo noch sein. Der hätte sich den Drake holt mit dem. Da ist er, siehst du. Das ist gar keine Frage. Ach, der hätte ich überhaupt kein Heel mehr machen müssen, eigentlich. Ich danke dir. Kein Problem. Ich renne noch weiter weg, nicht, dass Thunna mehr noch kommt. Vielleicht kommt noch eine Ulti oder sowas von Draven. Man weiß es nicht. Na, ich renne lieber zurück. Sag mal, wenn sie kommt. Naja, er hat keinen Mana. Aha. Alles klar. Ich muss da alles investieren, um die Leute hier aufzuhalten. Das ist so krass. Das ist Leona. Darum liebe ich sie ja. Und das ist mit Draven halt so opä. Warum kommt jetzt Swain runter? Swain kommt runter, wo nur ein Supporter unten ist. Während er 06 steht. Und er kommt vor allem von der falschen Seite, oder? War so obvious, dass er. Kennst du jetzt 1 vs. 1 me? Oh, das ist einer, der schon wieder so eine dicke Fresse hat. Alter, mach mich 1 gegen 1. Du bist ja ein Opfercharakter. Manche Champs sind nur mal 1 gegen 1 Charaktere und manche nicht. Ja, so ist es. Aber das... Oh, ich hab grad eine Aufladung gehabt. Oh, Herold ist auch weg. Jetzt ist Herold auch weg. Toll, jetzt nehmen wir das Game wegen der Aktion hier. Danke. Ja, toll. Herold weg. Super. Du Kevin, du ey. So. Ich hab keinen Bock gegen Draven, irgendwie du. Ähm... Du kannst auch den Namen Kevin. Oh, geil. 3 Leute in der Mitte. Kann man machen. Muss man nicht. Ja gut, Ramos. Ich würde sagen, du hast auch einen Einfluss hier auf das Game. Ein Haus Hohn. Easy. Muss man auch mal machen. Man kann nicht nur gewinnen. Ja, den Damage, den ich mach, der wird weggehealt und er hat... Oh, er hat sich gar nicht blutet, ist er zuerst kurz und klingelt eine Endlichkeit. Ah, aber Eifer hat er auch schon. Ja, der läuft schneller. Er macht mit Damage. Egal, wie geht das? Ich hasse sie, wir. Ich brauche einen Champ, der auf Q, das, W, hier, E, das, Lucian, springen, Q, hier, bam, bam, bam. Oder so wie Draven, laufen, kicken. Keine Ahnung. Ja, Lucian wäre da gut. Ja, Lucian, ja. Ah. Hau ab, du Bulle. Die anderen kommen rein. Oh Gott. Face. Ja, gut, der hat... Der hat dort gut gemacht, ey. Hat er gut gemacht. Oh Gott. Oh, er kriegt nicht böse. Oh, schmied er... Alter, da brauchst du fünf, Mann, für die scheiß Bottling. Warte mal. Das ist so broken. Ich brauche noch ein paar Minions. Jesus. Warte mal. Werner Joke. Come back, time. Der macht ja auch hier unten gar kein Damage. Come back, time. Alter, hör auf. Wir verlieren hoch zehn. Das hat überhaupt keinen Sinn. Fizz kommt hier rein und macht uns unten drei alle gleich. Mit einem Ritt. Come back, time. Wir haben Ende verloren. Bei Minute 18. Mit 8.13 steht gar nicht das was, gell? Für Büt ist das viel, viel stärker. Naja. Ich hab jetzt gerade mal den Essenz-Räuber. Da wäre ein Draven schon... Allein durch seinen Farben. Das ist so OP. Naja. Gott sei Dank weiß man bei mir, es geht auch anders. Wobei, Ashy haben sie auch ganz soft gebuft heute mit dem 6.24. Ja. Das IQ nicht mehr so... ...nervig ist er, dass er anhält und so weiter. Das ist gar nicht mehr so verkehrt. Erzähl mal was dazu. Erzähl mal was dazu. Erzähl mal was zu dem Page, wenn du das auch gelesen hast. Weil ich kenne noch nicht. Es wurden viele Bekannte genervt. Malfight hat seinen... Äh... Seinen E... Seinen Hämmern auf dem Boden wurde geschwächt. Und ein bisschen... Was war das noch? Nein, vergessen. Also im Großen und Ganzen nur die üblichen Verdächtigen. Kogmar wurde seinen Grundangriffs-Speed runtergesetzt. Ja, du siehst, was wir hier trainen, da brauchen wir gar nicht rein. Das hat keinen Sinn. Lass, 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 lass. Das hat keinen Sinn gegen den. Ja, jetzt spielt er eh keine Rolle mehr. Wir können vom Ausgeben. Ja, wir werden nie... Ja, wie das Spiel ausgeht, wissen wir, aber... Ich will sie mir auch legen. Ich würde gerne noch mal den 12 Mac-Boomben, er hat gesagt. Äh, Pink-Watt? Die überall Pink-Watt haben. Ich würde mich immer noch vor Draven hüten. Und hier die Bulle, die Bulle. Die Bulle-Kuh. Jungs, was soll das hier? Das hat keinen Sinn. Fizz kommt in der Mitte und rippt uns. Spätestens Draven. Einfach aufgeben. Laufen hier. Oh, der Hammus, du machst dem aber Schaden. Oder er macht dir selber Schaden. Jupp, tschüss, Fizz. Aber so richtig steht's gar nicht, ja. 10, 16 Kameraden sind die ausgleichen. Das hat mir auch kein Schaden. Guck dir's an. Wenn der jetzt noch die Crew holt, dann haben wir... Nein. Okay, Laris fickt gerade alles. Okay, ist auf. Stimmt. Deswegen, deswegen. Stimmt, der hat gefehlt. Hahaha. Ich bin schon gewundert. GG. GG. Oogie, oogie. Null Damage, Alter. Ich hasse sie, wir. Wie kann man einen Champ bauen, der nur auf Autohits aufgebaut ist? Der Q, um schneller zu rennen. Da bringt auch die scheiß Querschläger nichts. Und der Ulti? Nun gut. Nicht mein Mainchamp. Gib mir Draven oder Lucian und dann... Gute Nerd. Ja, next. Ich push mal Toplane durch. Wir hätten einfach aufgeben können. Ich hab Ja gedrückt. Hab ich ja gedrückt? Ich hab ja gedrückt. Ich nicht. Ja, ich hab auch Ja gedrückt. Dann haben die anderen zwei abgelehnt. Würde mich nicht wundern. Ich will den Trail machen, Leute. Egal wer da kommt. Nein. Easy. Easy. Wir bringen die Silber jetzt ins Game. Na, hau ab. Wo bist du hin? Instant. Das ist Darius. Den kannst du knicken, wie du willst. Der Damage ist immer da. Wo bist du hin? Toplane. Also, oh gut, da ich sie schon ran muss. Da, 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 das, da, das Ding guckt. Wobei, lass dich einfach, du hierher. Na, weim. Das hat ja eh keinen Sinn. Mit Töten auch nicht. Das gibt solche Games, wo es nicht läuft. Mit Speck. 150 Gold machen. Das gibt's die Toplane hier. So. Guck mal her, hier. So, das reicht noch schon in Gold für Phantom-Tänzer. Boah. So, 50% Crit. Da lacht der Draven doch drüber. Statik Stich hat er sich sogar geholt. Alles klar. Der geht auf, ist ein Full Crit, da eben. Durch seine scheiß Masteries. Nicht schlecht. Machen die Bären oder was? Würde mich alles nicht wundern. Jo. Ja, Svein, Svein. Oh, Darius auf der Botlane. Was hatte er denn wohl vor? Schwer zu erraten. Das hat auch keinen Sinn. Guck ihn in Yaru an. Der trifft so ordentlich. Leuch. Ja, Botlane, wenn einer helfen kann. Ja, wie alle wegfassiert. Das ist unglaublich. Wir sind nicht so schlecht, Alter. Wir haben doch das Game für die Scheiße gespielt. Ja. Aber hast du gesehen, wie der Drunermeer sich runtergekloppt hat an sich? An mich? An mich? An mir heißt das. Ja, an mich. Aber das wird wie bei der Erkaufung, gell? Ja, toll. Von unten rum. Er hat alles gesehen. Ey, ich lach mir so in die Faust, wenn wir das noch lachen. Nee, nee. Das wäre alles offen. Ja, vor allem der Arsch. Ja. Nee. Ich glaube ja auch an viel, aber manches ist dann doch... So gut gemeint. Genau. So, ich gehe mal auf den empfohlenen Bild. Hier ist mir scheißegal. Boah, ey. Entschuldigung. Ich bin immer noch nicht... Wir müssen ja nur einen Backport mal... äh, einen Hinterhalt machen und dann... Jetzt wollen sie barren. Ist auch so nervig. Darius hat schon mal 20 Milliarden Leben. Tründer mehr überlebt. Die Bulle, Kuh, Sau, Fotzen, Mist. Ebenso. Darius muss hier weg. So, wer lebt noch? Draven und Fiss. Darius. Alle. Darius und Fiss. Nein. Ah. Ja, ich wusste, dass er auch drin ist. Ich habe schnell ein Ward gesetzt. Aber natürlich... So, das wird nichts, wenn Fiss reinjumpt. Ich bin nicht. Ah, shit, shit, shit. Nicht... Graven ist irgendwo da unten. Ja, der kann auch schon irgendwo hingejumpt sein. Ja, der kann nur auf Totlane durchfuschen. Oder nach Botlane ist er durchgerannt. Ja, da ist er. Botlane. Ich sollte mir einen Schutzengel holen. Ja, Fiss. Alter, das ist 1-10. Really? Ich meine, das ist normal. Man macht ja hier Charaktere, um die zu testen und so weiter. Kann man... Ist ja normal. Ist ja auch im Rahmen. Aber 1-10. Ich meine, meine Fresse... Ich bin auch nicht gut... Ich weiß es. Darum bin ich hier. Das ist Wurst. Das kann ranken nichts. Aber das ist 1-10. Sorry. Und vor allem eben auch zu wissen, er hat keine Chance. Er weiß, dass er keine Chance hat. Aber er geht immer nochmal rein. Kann man ja machen. Er ist ja noch jung. So sieht er aus, ja. Guck mal. Ich brauche mal ein bisschen Lebensraum. Er hat mir ja 13 kills, wenn man das so sieht, ne? Und wird unbedingt gespielt werden. Na, Fiss? Der ist da drüben. Da. Oh, 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 Leona. Oh, Leona. Alles gut. Nee, mach der nicht so viel Schaden. Ah. Ja, genau. Den Drecksack. Den müssen wir kriegen. Shit. Boah, das lustige ist, dass wir tatsächlich echt... Boah, alles drinnen mehr. Macht der... Der holt sich an. Wir werden uns nur ablenken, der Bulle jetzt hier. Nach unten. Ab nach unten. Scheiß auf die Mitte. Scheiß auf die Mitte. Völlig Wurst. Wir wollen uns hier nur ablenken und aufhalten. Renn durch, renn durch. Genau. Ja, aber der Inhip und so weiter. Das ist alles ja noch offen. Rammus. Wir werden Sieger sein. Der ist so schnell und das hält noch so lange an. Oh. Da komme ich ja mit Rammus nicht mal hinterher, Alter. Er hat noch Laufen angeschmissen, ne? Die alte Kanüle. Wo, noch ein Drake? Wir haben nicht mal einen. Oh Gott, ey. So, nur noch mal ein bisschen Gold. Minions, ich komme. Du kannst auch gleich deine Stacks abwerfen, wenn du hast. Ja, vier. Ja, ich komme. Ja, los. Oh, das ist Davios. Der braucht der Hilfe aus. Dignitiv. Oh ja, das sieht nicht gut aus da unten. Mücken. Die pfiffen jetzt, die ich jetzt in den Buss. Bottling, 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 Bottling. Und da sind noch Zweikel zu. Zu dritt schauen wir uns nicht gegen Davios. Zweikel sind da noch drin. Hau nochmal ab, du Schmuchtel, Davios. Alter, immer nonstop auf mich hier. Hör doch, wenn du dir aber ein bisschen losgehauen, ey. Easy, oder? Sauber. Oh, haben wir sie alle nochmal gekillt? Eine Vierfachtötung legt er hin. Tschüss. Jetzt können wir den Bärmits machen. Ich sage ja, ich hasse Sie wir. Wieso nicht im Early, David? Ich hasse Sie wir. Gib mir am Sack, ich hasse Sie wir. Alter, wir führen 28 zu 24. Ja, aber die sind... Aber eben, ich brauchte halt Tanky. Ich brauch Tanky-Unterstützung, um mein Move mit... Ich kann immer... Ich hasse es, nur diese Autohits. Und mal diesen Q und E. Das ist... Der Weg. Ich weiß, wie du draufgehst, ey. Oh, gut, dass ich geholfen habe, ja. Glaub ich dich. Nee, du hast nicht. Nö, ich kam genau rechtzeitig. Gerade so nicht zu helfen, ne. Huch. Ich hab dauerhaft den WF zu gehen, so ein bisschen. Das ist nice. Aber wie er verhäten will. Das kannst du gerne nochmal probieren, wenn man anders... Wir spielen sozusagen eigentlich nur zu viert. Ja, wegen Sway, ne? Nö, kannst du eigentlich nicht sagen, weil zu viert hätte nämlich niemand reingefiedelt. Huch, das steht auch wieder. Ja, so schick ist er. Also zu viert ist dann immer noch besser, als wenn man hat, der so hart reinfiedelt. Guck mal, der hat noch nicht mal seine Q trifft, bei vier Leuten, die nebeneinander stehen. Echt ein Trauerspiel. Pass auf, da mach ich mal meine Q. Mal sehen, ob die trifft. Dann werden die Minions. Der Bait ist real. Äh. Ich will aber nicht die Q treffen, sondern... Das hat nur keinen Sinn. Aha, der Tick gehauen. Na, Twinder mehr, wenn er von der Seite kommt. Ein Backdoor, irgendwas. Das ist alles. Wie du es drehst, wenn du es, ist scheiße. Wir sollten gehen. Ja. Der macht damage. Auf allem, wir brauchen vielleicht noch einen Turm, noch als... Darmus, komm mal runter. Ja. Wer es macht, dann Top-Late. Ja, komm trotzdem runter. Ja, den Fischer hast du gebrochen. Ja, wir brauchen Yasuo. Yasuo. Das ist ein Problem. Ich habe einen Schaden. Das war kein guter Teamfighter. Alles klar, nee, nee. Ich bin auch völlig scheiße reingeflasht, weil ich dachte, da kommt mehr von hinten. Na, Yasuo. Drehweh. LOL. Oh, nein. Nein. Oh, nee, kriegst du wohl. Hamburg. Los, flash. Spotten, spotten. Spotten. Der läuft schneller als... Der läuft schneller. Hat keinen Sinn. Dreh um. Er hat... Dreh um. Wegen... Dreh um. Hat keinen Sinn. Hat keinen Sinn. Komm, ich roll. Oh, das fackt mich gerade hart ab, ja? Komm ran. Komm ran, Pussy. Lass ihn einfach treffen. Einfach treffen jetzt hinten. Die Zeit... Der hält dich auf. Das klappt. Das ist übelst die Brunze. Das klappt, dass er dich aufhält. Das darf nicht sein. Scheiß drauf. Ich habe gesehen, du hast... Der hat 440, du 390. Stopp, zack, umdrehen. Völlig wusst, was ist. Anstatt der Zwayn sich mitten in die Minion stellt. Zum Beispiel da hinten. Nein, macht er nicht. Er steht nur vorne genau an der Base. Ah, der hat auch echt kein Taktik... Der hat auch kein Taktikverständnis. Der hat null. Das ist cool. So, ich gehe mal unten, ne? Deffen. Nicht... Nicht engagen. Gut, Ramos. Oh. Hä? War doch gut. Ja, jetzt sind die anderen... Die anderen leben ja eh wieder. Das hat keinen Sinn. Das ist... Das ist ja... Wir haben es auch gecleared. Alles klar. Wir müssten mal anfangen. Irgendwann Tower. Ja, wir haben ja nur die Botel in sich. Wir haben ja überhaupt nicht viel dabei. Ja, ich habe ein bisschen Angst, dass gleich was von links und rechts kommt. Ja, da unten die Kuh. Und Draven. Oh, ein Telepirot da unten. Alles klar. Jetzt hat... Ja, GG. Was macht er denn? Alles klar. Ja. Tade. Naja, GG war es nicht. Aber, ganz ehrlich, von Normal... Ich weiß, dass ich Sie hier nicht mag. Im Lead... Ist es durch ihr Tempo und ihren hohen Crit nicht schlecht. Aber, sorry. Draven, Lucian, Corki, Kogmoor. Da kommt da der... Mal sehen, wann die gebufft wird. Aber das muss erst wieder einer irgendeiner LCS super-duper-duper-mega-super-duper-duper-duper-doll spielen in der Team-Kombo. Und dann... Äh... Naja. Vorher wird es ja wieder nicht gemacht. Naja, nächste Runde. Tschüss. Tschüss.